So. Bei mir jetzt auch Hallo! So, jetzt Drangle, mach an. Wieso gibt's hier keine... Knarren? Ach da. Soll ich das jetzt machen? Ja! Ja, schon lange! Hallo, willkommen auf den Knopf-Fans-Kanal auf ganz YouTube! Bei Lukas und bei... ähm... Robert. Jetzt weißt du, warum so wenig Abos hat. Ey, du weißt du, wo ich grad bin? Äh... Ich weiß nicht, wo ich bin. Hallo erstmal! Du bist im Turm? Ne, ich bin unten. Da, beim, äh, Untergrund. Ja, what's up to us und wir kommen zu meiner... zu meinen Abonnenten. Was? Ne. Wie geil ist das denn? Wir spielen, wir spielen jetzt hier Super... Wir spielen Super Mario 64. Genau. Okay, jetzt bin ich drauf. Hallo, 120 Sterne. Und dann noch... Dabei ist wieder Jason in die Labertasche. Dann haben wir Dragon und Baum und Robert. Robert ist wieder auf, oder was? Hallo! Wie bitte? Robert nimmt ja auf, ne? Ich nehm' auf, ja. Geil. Mit Facecam sogar. Mit Brille! Ne, die Brille kommt später. Oh mein Gott. Wenn ihr was festiges sehen wollt, alle bei Rob... Robert war schon. Du leckst wieder bei mir. Okay, ich glaub der leckt ein bisschen. Ich glaub der Aufnahme tut ihm nicht gut. Was? Ich komm die Treppen jetzt? Ich weiß nicht wo. Alter, da muss man wieder Duckjumpen, ne? Jetzt bin ich wieder im Untergrund. Ne, komm, da war ich schon. Oh Gott. Okay, ich weiß nicht was passi... Ähm... Warst du schon bei diesem, äh... In dieser, äh... Nebelhöhle? Nebelhöhle? Diese grü... Diese grüne Höhle im Untergrund. Achso, da unten. Wo Nessie ist. Da, ich bin da... Ich wollte in das Level reinspringen, aber dann bin ich irgendwo anders am Wasser vorausgekommen. Ey. Ah, das ist ein Teleporter, ne? Ey, ey, Jason ist hier bei mir. Weißt du, wo... Wo's Schloss ist? Lol. Ne. Ich auch nicht. Alter, wie geil. Wo's Schloss? Ich weiß, wo's ist. Ui, zeig mal. Leben noch alle? Ich steck mal, wenn wir hier rein gehen. Hä? Hier war gerade... Hier war gerade irgendeine riesen Wolke. Ne. Ich hab keine Ahnung. Grenner hat mich geschlagen. Jason, Jason, guck mich an. Jason, guck mich an. Hab ich wirklich geschlagen? Ja. Nein. Ei. Robert... Robert ist glaub ich tot, ne? Guck mal. Lukas. Wir finden jetzt Yoshi, okay? Er ist hier oben irgendwo. Die Legenden sagen, dass Yoshi irgendwo auf der... Ey, ihr... Nudeln. Baum und... Baum und Dragon. Dinges. Ja. Wart ihr... Ihr wart doch die ganze Zeit zusammen, ne? Nein. Ja. Nein, ich wirklich, aber... Au, ich bin tot. Mann, seid ihr solche... Alter, wirklich? Ich glaube, Jason ist Traitor. Bin mir nicht sicher. Aber warum ist der Robert gerade gefunden? Ich weiß nicht, was für ein Problem ist. Ja, genau. Das ist ja das Problem. Warum? I don't trust you, mate. I don't trust you. Wow. Wow. Jason ist Traitor, Junge. Jason ist Traitor. Genau. Oh, Junge, ihr seid so welche Hellen, Alter. Wirklich. Sie glauben sympathisch, Stombies. Ihr seid so gut, Alter. Äh, gut, Inus sind Kollegen. Ne? Au. Wow. Meidl Pony. Meidl Pony. Meidl Pony. Geh mal wieder durchbracken. Das tut nicht gut. Das tut nicht gut. Hallo? Wie lange geht das Ding noch? Ich dachte, das Ding macht nur einmal Bumm und das war's. Ne, das ist ein Naserstreiter noch weiter schießen. Alter, da killte er mich am Anfang direkt, ey. Oh mein Gott. Ja, gut. Das war die schlechteste Runde aller Zeiten. Zwei macht Selbstmord. Warum ist im Bordkram kein Wasser? Das ist doch voll unrealistisch. Vielleicht ist es so eine Switch in the map. Ja, der wurde auch abgelassen. Hallo, Buraki. Das wurde abgelassen, das Wasser. Das Wasser wurde runtergelassen. Also offiziell aufbauen. Wir haben schon 60 Sterne gesammelt. Das Wasser abgelassen. 60 Sterne? Ich kenne das Spiel nicht mal. Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Buraki, das müssen wir mal spielen. Ich kenn's teile, Leute. Das muss ich da richtig verkackeln, ne? Super Mario und 64 online spielen. Das ist perfekt. Ist diese Rutsche offen? Die Bonus-Rutsche? Schade. Hey, Jason. Das wäre übelst geil, wenn du da denn... Willkommen mal Level. Das wäre richtig krass, wenn du die Bilder rein könntest, ne? Ja, das wäre so papp. Hier im echten Super Mario 64 Karriere jetzt hier ein durchsichtige Wand, wo man durchspringen könnte und ins Roman Level kommt. So. So. Ich weiß. Voll krass, ne? Ja. Ja, ich bin hier. Wieso kann man nicht in die Bilder sein? Du bist in der Harcourt Stage von Mario. Du kannst bei Borges so eine Röhre da kommen zu. Das wäre richtig heftig, wenn du dann in die Level auch rein könntest. Ne, du wärst einfach... Allah, ich hab Mario gefunden. Mario? Ich hab dich auch gefunden. War schon jemand zu dieser Spiegelkammer? Spiegelkammer? Nein, nein, nein. Das ist beim Klockenturm Level. Ich bin in der Spiegelkammer, aber... Hey, hier ist gar kein Spiegel. Nein, nein, warum geh ich ja endlich aufs Dach hoch? Scheiße, scheiße, scheiße. Du spiegelt sich jedenfalls nicht. Schade. Nein. Spiegel, komm zurück. Was ist das für ne scheiß Munition hier? Was steht da drauf? Nein. Keine Ahnung. 9mm. Was ist das? Hier ist das wie eine Harte bei uns in der Level. Wenn wir 100% Sterne haben. warte, du rufst! Und wir sind nicht für das. Aber ich bin nicht denkst in Munition, oder? Wie hoch geht das hier eigentlich? Danke. Ah! Ja, ich weiß, wo du Mario gefunden hast. Mhm. Er hat ein paar Schüsse in dein Kopf bestimmt. Was macht Mario bei der scheiß Uhr? Geh mal zu Bowser. Da ist das Glockenturm-Level! Ich hasse das Glockenturm-Level, komm mir nicht mehr so an. Oh, ich auch. Ey, da ist Mario! Aua. Du bist der vierte, der es jetzt gefunden hat. Kommt man da nicht hoch in diese... an die Wände... Dinger da? Oh, doch! Schaffst du nicht. Doch, da ist ne Leiter! Okay! Oh nein! LOL! Was? Komm, hallo! Ich werde schnell nicht teleportiert! Warum? Ich wurde hinter dir teleportiert. Hä? Hallo! Wie kommt man aufs, äh, aufs Schloss? Jangle bist du? Da. Wir haben es sterben. Da. Hä? Da! Ja! Ist ja gut! Leben noch alle? Ja, ich lebe noch. Ich glaube, Jangle vielleicht nicht mehr. Oh, ich habe Schaden bekommen, ist das normal? Ja, Fallschaden. Ne, ich meine, wenn ich aufs Dach lande, da aufs Schloss. Ja, mein ich ja. Sozusagen Fallschaden. Ich hab 28 Schaden. Ich bin angeschossen, ich weiß nicht warum. Ich bin im Schloss. Robert, Robert ist Traitor. Ich glaube, ich glaube, Jasons Geist. Wieso? Hier ist Blut. Ich weiß, ich weiß noch, darf... Ey, steck fest! Ey, steck fest! Weh, ich fall jetzt runter dann, heulich. Okay, ne, doch, alles gut. Schade. Schade. Hey, Jasons Dragon. Wird angesnipet. Dragon kann's nicht gewesen sein eigentlich. Ey, kenn ich mir mal ne leeren D-Club. Pass auf, man. Kennt ihr diese ESL-Pro-Spieler, die Counter-Strike gespielt haben? Navi und so weiter? Hab ich gut gemacht. Ja. Und Neo. Ja. Was ist das? Das kennt ihr? Ja. Ne, ich hab alle CSGO. Wir haben mehr als 700 Stunden. Nicht runterfallen. Ne, Jay, was glauberst du für ne Scheiße? Wie viel Scheiße heißt Jason? 600 oder so. Ich hab 700. Schießt ihr euch alles selber ab, sag mal? Ne. Ich hab nur Schaden durch Teleport bekommen. Ihr seid alle schon verwundet. Ey, ich bin da auch. Oh, Jason, du schwimmst! Ich geh unter. Ich geh unter. Ich geh unter. Ich geh unter. Aber Robert lässt sich auch immer Zeit, wenn er Traitor ist. Was? Nein. Äh, nein. Oder ich weiß noch damals, als ich gesagt habe, ich weiß, dass Robert Traitor ist, weil er dann immer so die Zunge rausnimmt. Hä? Was? Hä? Das möchte ich gar nicht mehr. Guck mal, er ist schon wieder vergessen, der Junge. Ey. Okay, hier hochkomm ich nicht. Was für ein Scheiß. Ey, Jason, wo sind die anderen? Ich glaub im Haus. Oh, hier war das. Wirklich? In meinem Haus. Ich hab das, das ist Pete's Castle. Halleluja! Ihr wisst ja eigentlich, dass Pete ein Loverboy hat. Nammens Dragon Mario? Ja, Mario. Ach, wirklich! Kann gar nicht sein, die haben's noch nie getrieben. Ich dachte Luigi. Luigi! Luigi! Wiese scheiß Stimme, Alter. Ich hab Krathos, ich hab an Krathos gedacht. Turinsurfen ist echt schwierig hier. Ja, da musst du nicht gegenlaufen. Ich drücke mal E. Das geht nicht. Nee, E brauchst du gar nicht drücken. Einfach gegenlaufen. Ach, sag mir was vorher. Ey, 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 ey. Jason, wir wollen... Oh, hallo. Er schreit wieder richtig hart, der Junge. Oh, nicht mal in das Fliegelevel kommt man. In diesem fliegenden Teppich? Nee, wenn man nach oben guckt, in der Mütze. Wenn man hier durchfällt, kommt man ein. Achso, dieses Bonuslevel mit der roten Mütze. Dann kommt er wieder hier. Ja, genau. Wo man so fliegt ist und wo du Münze hast. Jason? Ja, ich bin nicht gefroren. Endlich. Ich glaube, das Maximum an Sterne, was ich jemals gesammelt habe, waren irgendwie 70 oder so. Echt? Heftiger. Heftiger. Wo komme ich hier raus? Echt? Von 100 oder so was? Oder 101, keine Ahnung. Oder 120? Ich probiere immer in jede... Boah! Boah! Er schießt mich ab, der Junge! Boah! Ich hab mich erschrocken, okay? Ja, ich hab die Tür aufgehen sehen. Verdammt! Ja, jetzt... jetzt... jetzt frage ich mich auch, warum alle wounded sind. Weil Baum mitmacht. Echt? Ich hab nur einmal geschossen, ja? Und ich hab 30 verloren! Ich glaub... Hier steht Robert rum und Jason steht da rum. Robert, glaub ich. Er stand grad sehr mysteriös da. Jason wollte gerade schießen, aber ich glaub, er hat's nicht getan, weil er mich gesehen hat. Weil ich die Waffe gewechselt hab. Weil ich die Waffe gewechselt hab. Kann der Traitor mal was machen, bis... Und du vor allem lag'n. Das ist nicht, weil er Traitor ist. Dragon ist schon wieder bei mir. Und guckt mich an. Oh nein, Dragon ist bei dir scheiße. Verpiss dich, Dragon. Tschüss, hau ab. Geh weg. Er verfolgt mich die ganze Zeit. Ich wünschte, ich wär straight, Alter. Ich hätt hier so mal richtig schön einen wegballern können. Hey, ich bin einer tot. Gibt's das nicht Level 1? Ich krieg mal ne leere Diegel, Mann. Ja, hier hab ich auch ne Diegel. In Wirklichkeit ist es ne Michael Jackson! Oh, da schießt wer. Ja, Dragon und ich machen hier so nen komischen Tanz irgendwie draußen im Garten. Okay, da weiß ich schon mal wo ihr seid, da geh ich nicht hin. Er ist weggegangen. Okay, okay, Dragon haut wieder ab. Der geht wieder ins Schloss rein. Sehr verdächtig der Junge. Das le- dieses ist sehr graus. Jason! So heiß ich. Lukas! Baum! Ando, ja, was ist das? Robert! Was nicht? Okay. Mich wundert's? Mich wundert's halt gerade extrem nur, weil die Zeit ist, die Zeit geht langsam wirklich runter. Ich frag mich nur warum. Ich bin stark! Ich mach dich nicht stark! Ich mach dich nicht stark! Oh, Raki schleich da nicht. Oh nein! Ja, ich will euch gucken, Junge. Das ist ja eine Scheiße. Oh nein, ich hab geschossen. Oh fuck! So lange wir zu dritt hierbleiben und wenn da nix passiert, wissen wir, dass kein Traitor hier ist. Ah, äh. Dann kann man nur noch gehen? Moment, Lukas, du kannst mir noch... Oh! Robert ist auch hier! Ich hab, ich hab fiss mich! Ah, ich hab, ich hab fiss mich! Kannst du deinen Körper nehmen, wo wir schubsen? Okay, gut. Robert guckt mich an, ne? Wollte ich nochmal so sagen. Robert guckt mich immer noch an! Oh, oh! Warte, spring mal, spring mal, spring mal! Robert hält sich sehr verdächtig hier! Warte, warte! Spring mal, spring mal! Ey! Spring mal, spring mal! Spring mal! Nein, nicht auf mich! Ich sag mal, ich bin die ganze Zeit laut und wenn ich da nicht mehr spreche... Was machen die zwei da oben? Spring du mal! Spring mal! Aber du bist nachverdächtig? Ja, total, weil ich hier rumstehe! Okay, Robert ist es! 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 Ich hab 30, hab 40, ich weiß! Sehr gut! Oh man! Ich wusste doch! Es ist total verdächtig, was Bork da macht! Wir warten jetzt! Das ist Robert! Ich schreie doch, dass es Robert ist! Wir warten jetzt! Der Baum ist der Beste, Alter! Das ist Lukas! Kacke, ey! Ja! Das ist Lukas! Ich sag doch! Wenn's so lange dauert, ist es Robert! Ja, weil ich muss immer überlegen, was mach ich jetzt? Wie machst du das am besten? Oh nein, da ist... Mach gar mal so mehr! Wie gehe ich die nächsten Jahre vor? Ich glaub, Robert ist so ein Taktiker! Ja, ich muss... Ja, der ist sehr häufig Tinktack, ich weiß! Nein! Tinktack! Nein! Oh, ich wollte grad schießen, Alter! Du weißt doch preparing! Du weißt doch gar nur Tötchen! Nein! Und du stirbst selber dran! Verstammel, du! Verratest begonnen! Wer kommt mir hinterher? Jason kommt mir hinterher! Das ist richtig! Wenn ich hier mal hinterher hochkomme, heißt es! So! Jetzt haben wir ein Déjà-vu! Ein Rendezvous! Das ist richtig! Weißt du, übrigens mit Shotgun, man ist irgendwie keine Munition! Oh, die Shotgun war Gold! Jason hat geschossen! Das ist richtig! Das ist richtig! Das glaub ich nicht! Den Back eigentlich? Ich weh Geister! Eindeutig! Jason, das ist wie schlimmer! Weißbrot! Ich teleportier mich hier rein! Was ist das denn? Was ist das denn? Du kannst aber nix machen, wo Raki! Hier drinnen? Und irgendwo untergehen! Jason! Jason! Jason schießt das mich! Äh! 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 Ey, er gibt's hier gar kein Dings! Was? Äh, Traitor-Raum? Äh, Traitor-Raum? Ähm, nee! Oder Traitor-Falle oder irgendwie sowas? Raki ist es! 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 War jemand schon mal beim End-Bowser? Ja! Ja, ich! Was? Wieso krieg ich Schaden, wenn ich hier mich hin teleportier? Was hast du für Spaß? Keine Ahnung! Hab ich auch bekommen! Warte, ich geh mal ein, das... Welcher Loop hat diese Map hier gemacht? Oh! Ein Loop! Jetzt hängen Jason und ich die ganze Zeit hier zu zweit rum! Hey, ich bin nicht Jason! Okay, Dragon! Aber, Baum kommt hier auch noch hin, Alter! Ja, ey, was's up! Teleportmaster hier Ich weiß, du kannst dich doch so übelst hindurch teleportieren, so richtig schnell hintereinander Ey, ey Lucas, du willst einen Zaubertrick sehen Okay Willst du einen Zaubertrick sehen? Drangle ist das Okay Ander wenn das schon so ankommt Wer ist das? Drangle ist das? Drangle ist das, Alter, ernsthaft Magic Hä? Er hat kill angegeben, ist das dein Ernst, Alter? Hey, wie meint das noch? Ah Er hat ernsthaft kill eingegeben? Ist das dein scheiß Ernst, Mann? Ja Ja, ne, also Robert, einer ist schon mal weg Was ist denn jetzt gerade passiert? Ja Drangle ist gestorben Drangle hat in der Command kill eingegeben und hat sie selbst getötet Oh nee, ey, geh weg, kapiss dich Robert, geh weg, ich steck fest Also ist jetzt Baum und ich hier noch alleine Jason, Jason ist abend Ja, mein Zaubertrick 5, los, komm her Ja, cool, wow, das macht so viel Schaden Geh, den Grubber runterschubst Ich hab nicht mal ne Pistole Womit ich dich irgendwie einschütteln könnte Ich auch nicht Weil die Penner sind wir Jason, guck mal, wo ich bin Hier ist ne Huge Ja, das kenn ich krass, da runterspringen Macht nichts Muss reiten, nur surfen Schwanz ist auch Huge Das war der Gegenteil-Tag, oder? Woh 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 Guck mal, er weiß es schon Woh 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 Was machen wir eigentlich was? Marco, Taylor hat sich geschichten, ne? Kriegen wir jetzt langsam Drehwurm hier Äh, Jason Ne, 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 ne Marco hat nur, äh, Dingenskirchen Jason ist hinter mir her Marco kennt nur den Schwanz von Gondel Jason hat nur ne Pistole in der Hand Na und? Ich glaub Jason ist es Natürlich noch Jason, wenn du jetzt hier reinkommst, ne? Jason ist bei uns und der hat auch ne Pistole Alter, jetzt willst du... Ich will Jason wirklich so hart gehen, Alter Ich hab auch ne Pistole Ich hab auch ne Pistole Ja, ich hab gar nix mehr War schade, ich dachte du hast mir jetzt ne Dings gegeben Irgendeine Traitor-Waffe oder sowas War richtig cool gewesen Richtig wieder Ich hab zwei Stunden danach gesucht Ja Ja Hahahaha 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 Buraki? 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 Hahahaha Hahahaha Was habt ihr mit Buraki gemacht? Wer ist es denn jetzt von euch? Komm mal aufs Dach Ich muss dir was zeigen Hallo Rede doch mit mir Hahahaha Ja komm doch aufs Dach und zeig ich dir was Hahahaha Hahahaha DRAGON 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 DRAGON? DRAGON darf nicht reden, er ist... Baum? Ja Warum machst du sowas? Warum mach ich was sowas? Komm mal aufs Dach Hahahaha Nö Komm mal aufs Dach Komm mal aufs Dach Komm mal aufs Dach Ok Komm mal DRAGON Komm mal aufs Dach Wir sind jetzt aus dem hallo ja ich glaube mein internet ist abgekackt wo was du siehst das noch, Lukas, oder? was? das? ja ja, ich wurde gekickt man, ich bin schon oben mitten na, gerade Robert trueball timed out ja, mein internet ist gerade abgekackt wie groß ist die Granate? ich habe mich die ganze Zeit gewundert, wieso hängt ihr die ganze Zeit bei der Mario rum? warte mal kurz, ich muss jetzt wieder im Spiel beitreten oh, Robert ja, tschuldigung, was kann ich dafür hier gibt's überhaupt keine Munition auf der Karte wer war denn jetzt Tracer Baum? der Baum ja, ja, Lukas war da waren die alle tot, oder was? ja, er hat uns aber nur übelst langweilig gekillt mit dieser langweiligen Lokomotive übelst langweilig, ich musste voll lange warten, ob irgendwas da funktioniert ähm, okay ja, weil die ganze Zeit immer kuscheln müssen, Alter dann erwischt das natürlich auch beide oh, ich... es geht wieder los, ne? okay bist du da? oh, du bist ja da ja, ich bin da komischerweise dann frage ich mich jetzt, kann Robert eigentlich der Traitor sein? nein wenn er gerade erst reingejointe okay, der, der ja gesagt hat, der ist Traitor hundert Prozent also, der Track war sowieso noch nicht, ne? soll ich ihn töten? ob ich ihn töten soll, hab ich gefragt okay tötet ich gleich ich weiß nicht, wenn ich jetzt wenigstens wenn ich einmal fliege, ne? dann ist ein Schuss in dein Kopf welcher Schlag? wo nahm ich eigentlich? der Schlag oder den normalen links Schlag jetzt weißt du welchen Spiegelraum ich hier meine egal was ja, den kenn ich aber ja, aber man spiegelt sich da drin gar nicht, war billig trau dich doch, trau dich doch trau dich doch, los trau dich trau dich ich hab gerade schon geschlafen ich hab gerade schon geschlafen ich hab gerade schon geschlafen ne, du schlupst mich an schlag mich doch ja, achso, schlagen trau dich, Feikler, was? nee, das mach ich nicht ja, Feikler achso, okay lass mich, lass mich alleine ja, warte, guck mal Robert verfolgt mich die ganze Zeit kennst du das, ey, du da, komm mal her ich würde mich einfach töten hier ich wollt grad sagen, du hast ein Jetpack, aber das sind unsichtbare Leiter ja, man wuuu ja, ist versteckt komm, komm, komm Wollen wir hier reinspringen? ne, ne wer war so schlecht bitte? ne der hatte irgendwann so nachhaltig weiß nicht was es war wer wars denn? jason wahrscheinlich jason wow ähhh was war nochmal die Windaker die Windaker Map wie hieß die nochmal ähm, warte mal ne, was weiß man war ja, dann mach Volt gibts nicht gibts doch nicht ja, Volt ja, Volt ist nicht dabei Boah, 69 Alter, die ist so scheiße, mein Partner hat doch schon gehabt, Mann. Ich weiß hier. Die ist übelst langweilig, die ist nur grau. Wirklich, einfarbig fast nur. So lange es da Munition gibt. Ja, ein Grundkant, ne? So lange es da Munition gibt. Ich glaube, du kannst wohl Munition craften an so einem Tisch, glaube ich.